willkommen zurück zu einer weiteren folge von game of thrones ja wir starten jetzt die folge 5 das großfinale kommt immer näher aber selbst in der vorfinale kann so einiges interessantes passieren wie es aber weiter geht es werden wir jetzt erfahren und schauen mal was müssen jetzt erfahren i was just telling your sister father's been looking to make a match for me and talia's been such good company think she likes me or maybe your mother her flower plucked is still a flower just dies more quickly we could be a family lord forrester you'd like that wouldn't you your mother may need some convincing she seems like the time to hold a grudge he'll never marry either of them never is such an awfully long time but let's put our happy day to the side for a moment walk with me oh you won't need your sword not where we're going i'm not going without my sword i'm afraid you are here i'll help you und fair there doesn't that feel better you're coming to this is lord business not a child i say she comes i don't trust her with my man okay das ist ein gutes argument er weiß was die männer machen würden mit der bei ihm ist mir da wenigstens was er machen würde how fair is your father lord bolton better than yours polite of you to ask i loved playing in the woods when i was your age still do so many places to hide i've done very good at finding people rodrick it's all right talia that reminds me where's griff i expected to be greeted by him on my arrival a bit of a disappointment to have to show myself in and here i had such high hopes for ladson now should i know griff and his men are not my concern my concerns are your concerns i assume you forgot that when you took them prisoner oh i really hope things might be different with you i hoped we could be friends after all i was generous i've allowed you to keep half your forest your livelihood yet you went behind my back and called in the glenmores i'm not sure how he managed that the glenmores have sworn their loyalty to my father lady elena glenmore is our guest the soldiers accompanied her to ensure her safety if her safety is a concern perhaps she should not have come to iron run well i'm certainly glad we've sorted this out thank you for being so forthcoming but there's still a price uh okay you disrespected me someone has to pay you didn't think it would be you did you your damage goods someone else's leftovers path has done nothing wrong if you want to hurt someone hurt me no roderick why bother you're nearly a corpse already look at what you've done i hope it was worth it is it worth it arthur tell you don't look away it's very important you see what comes of disobedience roderick make him stop please do something look at him talia see what your brother's done please please lord roderick sorry but they'll never learn otherwise mercy have mercy mercy my lord did roderick show mercy to griff this is his fault that's a lot of blood you're right this is my fault i told you talia i would like to kill you i would like to kill you go on go on prove how strong you are do it for it and no roderick he's talking with you do it go on roderick kill me Leider weiß ich schon, wie es weitergeht. Also nicht, jetzt eben. Um jetzt mal kurz zu erwähnen. Ich weiß, dass der Typ überleben wird. Einfach nur aus dem Grund, ich habe die Serie gesehen. Also zuzustechen wäre nicht die schlauste Option gewesen. Gut, das ist ein Nachteil, wenn man dieses Spiel erst viel später spielt. Ja, ich hätte wahrscheinlich doch eher am liebsten zugestochen. Aber ich denke, das hätte noch schlimmere Folgen gehabt als jetzt. You and Lud. So, you'll settle this on your own. Last house standing wins. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. House Forrester will win this fight. You're very confident for a man with no army and half a face. And one more thing. Can't leave a job half finished. Ready the horses. Not sure you'll have much luck finding other allies. Hey, 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 hey. Da hat es wieder zugeschlagen. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Und welche schlimmen Schicksale wir noch so erwarten zu haben werden könnten. Oder so. Ja, ob wir die Festung hier im Norden finden. Das ist auch sehr interessant. Und welche Auswirkungen das dann auch hat. Besonders dann in Folge 6. Was mit Miraiel abgeht, das wird auch nochmal sehr spannend. Ich hoffe, wir können da gut überzeugen. Wir haben zuerst noch unsere Mission erfüllt. Ob wir sofort was kriegen oder so, unsere Armee. Wir wissen ja nicht. Kann ja auch irgendwas dazwischen kommen. Obwohl, wir hatten ja den Sklavenmeister getötet. Und wir sind ja nicht durften. Ah ja, stimmt, da war was. Ei, ei, ei. Folge 5. Stunde des Winters. Ich sanne mich gerade wieder. So lange in den Spielen ist es echt schlimm. So. Ein weiterer uns schuldiger. Wegen uns in dem Sinne gestorben. Echt schade. Wahrscheinlich nicht so gut. Man könnte man schlecht filmen. Eines Tages vielleicht. Arthur. Oh, ich bin so sorry. Ich habe mich gefragt, was wir gemacht haben, um so zu verdienen zu haben. Wir bringen es auf uns selbst, oder ist dieses Haus nur kursiert? Die Whitehills haben das angefangen. Ramsey Snow hat den Knife gehalten, aber sie sind diejenigen, die es schraubt. Ich weiß es, Miloher. Ich hoffe, dass du ein Ende hat. Die Glenmoor Guard sind weg. Die Glenmoor Guard sind weg. Werdet nach Hause von Ramsey. So viel für ihre allies. Ramsey sagt, er ist nicht mehr zu nehmen. Er bedeutet, dass die strongesten Haus zu leben. Ich will, das zu sein, Duncan. Aber wir können sie sogar noch fighten? Wir haben nicht die Zahlen. Wir haben noch nicht Ryan zurück. Und wenn Mir ist richtig, um eine Armee aus dem Süden, Ludd machte eine Show zu sein, aber er ist nicht besser als wir. Nicht wenn die Boltons nicht... Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Miloher. Miloher. Miloher bin es bei köst. iltrar. Was colourarde unter anderem? Elina. Roderick! Ich sage auf euch. Oh mein g주! Jens, Meu forests! Oh nein! Nein, Ardhaar. Nein! Ardhaar. Es war meine Schuld. Ich habe ihn in das Leben gebracht. Ich habe ihn geholfen. Er hat das für mich gemacht. Du kannst dich nicht schuldigen, Elena. Er war ein junger Mann. Er hat seine eigenen Entscheidungen gemacht. Aber er hat mich geholfen. Er hat immer geholfen. Ich war da der Tag, er hat ihn zu halten. Er war so nervös, der Vater kallte ihn Quibber. Und jetzt, um zu sterben? Wie so? Torturiert? Mutiliert? Ramsey Snow hat das gemacht. Er ist ein junger Mann. Ramsey war hier wegen dir, Roderick. Wenn wir nicht waren, deine Freunde. Elena. Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir holen dich irgendwo, Frau. Wie mache ich das, Roderick? Wie mache ich weiter? Wo finde ich die Kraft? Du kannst den Tod nicht helfen. Du kannst den Tod nicht helfen. Du kannst den Tod nicht helfen. Für mich. Das ist Ryan. Talia. Mira. Und du. Roderick. Du bist so eine Freundin mit mir, Roderick. Von Beginn. Ich sollte versuchen, ein bisschen zu schlafen. Ich bin nicht sicher, dass ich das kann. Aber... Ich weiß nicht was anderes. Du bist nicht alleine, Elena. Ich bin hier für dich. Alles, was du brauchst. Genau. Danke, Roderick. Ich bin im halben Gesicht schon in seiner Brust verschwunden. Nöder Bug. Oder Grafikfehler, je nachdem. Ah, da bist du. Ich habe dich nicht seit dem Koronation Feast gesehen. Wie viele Schäuze, glaube ich, es dauert einen Armee? Schäuze? Warum in der Welt würdest du... Never mind. Mira. Ich bin ehrlich. Ich habe einen enormen Risiko genommen. Die Marjorie, die dich in diesem Feast zu vermitteln. Und du hast mich dankbar, dass du ein Szene mit dem Lord Andros gemacht hast. Vor allem. Marjorie war natürlich. Und sie wusste genau, wie du da kamst. Ich bin sorry über das. Ich habe das versucht. Aber du konnte nicht. Könntest du? Weil du bist über deine Kopf. Ich weiß es. Und Marjorie weiß es. Das ist warum es nicht sicher ist für mich zu sein mit dir mehr. Was? Mira. Du bist nicht die Frau ich wusste an Highgarden. Sie niemals wäre so schlecht. Und jetzt dass Garibald und ich und ich diskutieren, ich kann nicht riskieren mit dir. Nicht mehr. Du wissen, wie viel ich in diesem Gespräch brauchen. Ich werde nichts tun. Das ist gut für mich. Ich brauche nicht Freunde, die sich so schnell verletzten. Es macht mich so sad, zu hören, zu hören. Wie war es das? Was es worth es, zumindest? Du hast so viel für deine Familie verletzt. Sie sind noch in sehr schlussem Gefahr, ich bin mir sicher. Ich weiß, dass du alles in deinem Macht machst, um sie zu schützen. Das wird sie. Hoffentlich. Oh oh. Du sollst wahrscheinlich Haube geben. Wir sind ein Forrester. Äh. Kann ich dir helfen? Du musst mit mir kommen. Jetzt. Warum würde ich das? Nein. Es ist schwierig. Okay. Und das Verhalten ist schon ein wenig komisch. Gut oder böse Absicht? Ich weiß es nicht. Ich bin glücklich, dass er tot ist. Ich fühle mich gut, wenn ich den Knife in bin. Aber es fühlt sich nicht wie ich erwartet. Ich dachte, ich fühle mich leichter. Oder etwas. Es hat mir viel gekostet. Ich weiß es. Danke, Asha. Wir sollten niemals hierher kommen. Diese Stadt. Es tut mir nur schwer, Asha. Ich war es, um alles zu holen. Ich weiß es nicht. 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 Asha. Du bist zurück. Unge. Wir müssen unsere zweiten Söhne und rauskommen. Wenn du wie gesagt hast, Daenerys solltest du dir. Daenerys? Wir sind mit der König, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe dich in die Töne von Meereen gemacht, Asha Forrester. Ich habe keine Probleme gemacht. Die Begründung von der Begründung sind verletzt. Vielleicht kannst du sie aufhörst. Well, my time is short. No battle is without difficulty, your grace. But we fulfilled your orders. All of them? I had rumors of an incident in the city. Oh, ich glaube, sie ahnt das. Do you know anything about it? What does it matter? We completed the mission, as promised. Surely that's what's important. Obeying your queen is what's important. I thought you told me your nephew is a man of honor. But he cannot even take responsibility for his actions. Your grace. You killed the master Dezor Zorraza when I told you his judgment belonged to the slaves of Meereen. And now you come to me for a reward. Why should I let this pass? Don't you dare. What do you have to say for yourself? Don't. I'm waiting. Thank you, right. Because Beska was Dezor's slave. For years. Damn you, Asher. She deserved her revenge as much as any slave in Meereen. You have my sympathies. Keep your pity, dragon queen. Give us soldiers and we'll be gone. I apologize for her, your grace. It's all right, Malcolm. I do not hold it against her or you. You have proved yourselves in battle. And while you disobeyed my orders, you had good reason. Unfortunately, I cannot spare my second sons. What? But your grace, the mission was a success. I need every soldier to hold Meereen. What did I tell you? She was never going to help us. You promised me Croft and his second sons. Which is why I'm not going to let you leave here empty handed. I cannot give you my cell swords, but I will give you the next best thing. What? Tatsächlich. This gold will be of use. Perhaps you can find the swords you need in Meereen. Thank you, your grace. We promise to put it to good use. I'm sure you will. You will have to do it. You will have to do it. A new day is for the Marine. The slaves have thrown off their collars. There are fighters among those who used to be bound. On behalf of the Foresters and the Branfields, I thank you. See that you are ready when I return to Westeros. I have other plans for you, Malcolm. Plans for me, your grace? Plans that will help House Forester, I hope. I would like you to stay and serve me. I have a task for you. Your grace, I am humbled. But I owe my allegiance to my family. And they will be grateful for the Targaryen Alliance you've helped forge. I am honored, you would ask me. Might I discuss it with my nephew first? Do so. But let me know your answer soon. Hmm. Would seriously consider staying in Essos? I'm not sure. This is all rather sudden. If she does come to Westeros, we'd want Daenerys Targaryen on our side. You've made a good start with her. I could strengthen that bomb. What we're thinking about it, you have to admit. You're right, Uncle. The mother of dragons would make a powerful ally. If she succeed in taking the Iron Throne, she'll be the only ally we need. But whatever comes of this, we still need men who will fight for us now. Well, I think we might find them here. Among the newly freed. Don't even think about it. You just couldn't keep your fucking mouth shut, could you? Had to tell her everything. You sold me out for a chest of gold. We're out of options. I need your help, Beskar. I need this. I need that. You're just a sport lordling under it all, aren't you? I'll make it up to you, all of it, I swear it. If you think we can find a force in Meereen, I need to hear it. The little queen is right. Meereen holds plenty of killers. And I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asha. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills, then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I must talk further with the Queen. Don't get yourselves killed. So, where exactly are we going? Well, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. And that's it for this episode. It's been a little longer than I planned. But that was it. If you liked it, I would like to see you again. See you soon. Bye. 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 Bye.